Hallo, ich bin Utrecht, ich bin der Bauer Altik. Heute wird wieder mal gespritzt, oder ich muss spritzen. Sommergefreit gegen Unkraut spritzen. Ich spritze hier 0,8 Liter. Da vorne 180 Liter. Der Firma Stähle. Und dann noch 50 Gramm Express SX. Die Hektare. Firma Syngenta. So wie es in der Empfehlung steht. Und wie immer, auswählen. Nehmen wir da die... Die ist die harte, die schon mal wird. Mit drei Baren. Und ich fahre mit 6 Stundenkilometern. Und ich habe da gut... 620 Liter gefüllt. Geladen. Und wieder ins Display. Mit dem Motorkreis an. Und so... Und ich habe da noch 10 Stunden zu beendet. Und dann... Und dann... Zumal. Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Sechs Stundenkilometer. Das war eine 6,1 Kilometer. Dann noch ruckische Stieren. Das war eine 6,1 Kilometer. Das war eine 6,1 Kilometer. Dann noch ruckische Stieren. Dann noch ruckische Stieren. Walken zu.